Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Squad Builder. Heute dreht sich alles um Johnson in Form. Und ja, die Formation ist 3-5-2, weil ich finde, der Johnson ist mit seinen Defensivwerten eigentlich nicht auf dem Flügel zu gebrauchen, weil normalerweise spiele ich mit Formationen, wo man Flügel hat. Deswegen hier diese Formation. Hab dann nur Spiel aus dem Verein genommen. Janschke, Dahou, kennt man ja schon von mir. Dann hab ich noch Chechny, Erstbesitzer, First Owner, hab ich mal im Pack gezogen. Ja, Rüdiger vermahlen, damit die Chemie stimmt. Ja, Schweinsteiger Lingard, okay, war jetzt einziges Rechte, der aus Chemiegründen hingepasst hat. Aber mit seinen Defensivwerten, mal gucken, wie der sich schlägt in diesem Team. Ja, das Gleiche gilt auch für Ellie, Spieler des Monats. Musste ich ihn auch hier aus Chemiegründen hinpacken, aber der rasiert ja bei mir eigentlich immer übelst. Ja, Jansen und Musa, ja ich weiß, Musa ist die größte Pace-Huche in FIFA. Aber der hat ja auch vier der eine Skills und ja, mit dem kann man gut abgehen. Und ja, hab auch schon ein paar Spiele mit dem gemacht und ich spiele die nicht nur wegen dem Tempo, sondern auch, weil ich den im echten Leben gut finde und in FIFA lässt er sich auch wirklich gut spielen. Und jetzt viel Spaß beim Gameplay. Ah, kacke. Chechny. Oh, Glück gehabt, dass der Gegend an dich dran kam. Ja, komm. Rüdiger Schweinsteiger. Ah, okay. Oh, oh, das gibt das 1-0 durch Baka. Ja, das ist... Wieso kriege ich das nicht verteidigt? Oh, scheiße. Leute. Es kann man doch... Einen Tick früher dran gewesen, Jansen. Wenn du jetzt den Ball gehabt, egal. Ähm. Okay. Wieso kriegt ihr das nicht verteidigt, Leute? Fängt ja schon da an. Das war ja alles katastrophal hier. Egal, weiter. Jetzt ist der Gegner aufgerückt. Ja, jetzt, okay. Jetzt bin ich durch. Jetzt bin ich durch. Nein, der ist zu langsam. Der holt ja noch gleich. Der wird ja gleich eingeholt. Ja. Was muss ich machen? Ich muss irgendwas machen. Geht ja nicht anders. Ich musste zurücklegen. Geniales Tor von Ellie. Genial. Beste daraus gemacht. Ich musste das so machen. Der hat sich aber gut durchgesetzt, der Jansen. Gegen 2, 3 Leute, glaube ich. Und dann, schöner Abschluss. Johnson. Auf, Jansen. Ja, komm. Johnson! Nachschuss! Ecke. Okay. Okay, Halbzeit. Fünf Schüsse, fünf aufs Tor. Gegner auch. Fünf Schüsse aufs Tor. Hat er aber neun gehabt. Hundertprozentige Schussgenersch bei mir. Ja. Zweimal schlecht verteidigt. Was soll man sagen? Weiter geht's. Nein. Okay, Schessenheld. Ah, da stand er wieder so frei. Das darf nicht passieren. Das darf doch nicht passieren. Boah, übelst abgeräumt. Faul. Und gelb. Ja. Von wo gibt's denn da? Von da, okay. Johnson. Komm, hast du noch. Ecke. Jetzt geht's kurz. Ja, geht's kurz. Nein, da muss einer stehen von mir. Okay. Ich hab einen Wurf, weil da keiner von mir hingehen wollte. Jetzt war das 3-1. Nein, okay. Oh, nein, Leute. Weg damit. Ja, wen soll er anstimmen? Den Schweinsteiger hat ja keiner vorne. Ja, jetzt. Jansen. Jansen. Setzt dich gut durch. Ah, kacke. Okay. Spiel ist vorbei. Ich hab 2-1 verloren. Leider. Ja. Und. Ja, der Gegner war klar besser, aber egal. In der zweiten also keine Schnitte mehr gesehen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Und damit verabschiede ich mich auch von euch. Bis dann und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.